so meine Freunde Herzlich Willkommen zurück auf dem Kanal Epic Lane Day das bin ich der L&D get ready es sei die Woche okay wie gehört die Männer erkennt ihr das wollte ich mal wissen Kühle ganz ehrlich zu sein hat schon was in Ahnung mit wem ich hier das Pläne das ist die Durchsicht auf mich ich dachte schon der Platz in den deutschen Team also wer es wissen will ich ich bin hier in TeamSpeak-Kanal von Ploxie boah das ist hier ziemlich laut ich bin hier im TeamSpeak-Kanal von Ploxie und lerne hier Leute kennen und mit denen das Pläne ich dann einfach obwohl ich nur mit Ploxie das Pläne wollte so kommt es eben wer seid ihr eigentlich so da seht ihr mal den Unterschied wenn ich nicht äh FRAPS an habe ich dann treffe ein großer Unterschied ey Ploxie wo wohnst du eigentlich? in Brickhausen in Brickhausen in Brickhausen in Brickhausen in Brickhausen Thüringen und in Brickhausen auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen Prozent der weiß er nicht wo und ich bin ich bin ich bin ich bin das eine gute wir hatten diese Märkte in Brickhausen nein nein das was der Grün oben steht da was die Träume das hat ich gewohnt Maxi, helfe mir da hinten, der ist da, der kommt und dann soll ich die Map ja ich hab' nicht rot, man, was ich machen also wenn ihr Werbung machen wollt, dann könnt ihr das ruhig sagen, dann sagt einfach wenn ihr einen eigenen YouTube-Kanal habt, Lane Day bitte schreibt in der Beschreibung mein Kanal hin, dann würde ich das einfach machen, sagt das nur schreibt mein Kanal, ich hab noch keine Videos, aber schreibt hin aber auch ich hab zwei Videos mal gemacht ich könnte wie das machen, aber ich hab erst das fertig da ist noch oh Alter, das will ich sehen, dass ich es also wenn ich eure Kanäle zufügen soll, dann sagt ich mal Hallo und letztlich willkommen zu einem neuen Let's Play Big For Us ja, so schwul bin ich auch wieder nicht, ey, Hilfe auch Mano, die Alli-Gausser nach hinten hier umgesetzt ich habe mal wieder die fette Orion ich sei, oh, proxy wo ist das, das ist bloß nicht gesagt Woaah was gibt's denn hier unten so schick, schick ist immer diese Camper Camper Tieren zu nein ich glaub, die ganze Zeit Ja, sicher Major Camper liebbar S ft mehr Camper gesagt haben, dachte ich, dass das hat was mit der Zeltaufschlangen zu tun und Campen ja so in der Art mit davon kommt das ja H. keine Chance ja Camper Posa Camper jetzt alle Camper hier ja alle mal im Fernsehen na Bloxy wo bist du so bist du komm wir gehen mal nach oben und ja ja das machen wir ich kann eigentlich noch einen schnelleren Weg aber ich würde mal aber auch plötzlich also wie schnell bewegt er sich bei mir kollegisch das sie müssen ich muss ab hier oben ich bin ja gleich stehen bleibt stehen Posa Ruh da der Verstehen jetzt habe ich noch mal wo bist du ja gut gemacht welchen Rüstelt und der Steine Brotsdam das ist nicht allein der jetzt dass ich hier umstehe ist es voll und nützlich kommt da hat das ist ein paar Kerl erkennt erkennt er ja abnäht Fakirme der Verkürzung die Idee immer sinnvoll er hat er hat doch sie sind er wird die nächste ja wir konnten es mir nicht kommt jetzt wickel eine neue Sprache sie wollen sie Sie wollen uns töten immer nach hinten schauen warum die Babys entwickeln eine neue Sprache sie wollen uns töten und immer nach oben schauen Scheiße würde ich mir selber jetzt auch mal haben Ghost House Nein dies vorhanden das ist doch Gandal Feder oben ist jemand Oh Scheiße das zu sein den Krieg ich habe den Krieg auf den Krieg jeder habe ich noch gekriegt auch wenn es so wird es geht ja okay okay immer heute mal wir nehmen heute mal er hat sich kommen durchsichtbar nächste Runde tue ich mal hier unten noch mehr Wachen rein also das heißt wie gefällt mir Netz 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 die werde ich auf jeden Fall gleich bewerten L ohne mich hättest du das nie geschafft Loxi Merk dir meine Worte Loxi das ist Premium Loxi die noch anwesend das Skandal natürlich wenn du nach außen noch wenn du raus gehst muss man oben schauen das steht Ghost House da steht heute Oli und 2 was ist oben das sieht die Schriftigkeit aus wieso rennen wir alle Hilfe mit den Scheiß-Raketen ja meine Scheiß-Raketen hat auch meine Raketen zu beleidigen die haben auch Gefühle beim Raketen das bringt überhaupt niemanden Schaden feindgesichtet ey geil ich hab jemand gezählt das aus dem Wert der Jahr und ob derzeit vor der Geburten das war jetzt echter Hammer das kann auch noch nicht an ich brauche die Welt dann gibt sie es ist wenn man hat er ist er ist er ist er ist er ist er ist ich wechselte das ist doch das ist doch der das ist doch nicht schön wer schießt das ist wirklich nicht der Zwerg war er hier alles kämpft immer dieser Tüse guckte bei dir als ich meine er plötzlich wird die Bär 4 Max hat auch kaum schon das muss man jetzt nicht sein ich finde ich ich finde irgendwie gut immer dieser Tüse aber ich habe ich habe ein bisschen geschah und gegen Schabel gemacht das gegen den Rest der Verloren das gefällt mir als hier gar nicht das ich glaube sie hat schon dass man ein Blick abstand dass man einfach drüber laufen kann ich weiß nicht und das mache ich nicht dumm dann geht mal los nur in der Schule wie jetzt geht jetzt so in die Schule habe ich auch gedacht muss ich mich an und und bis bis es ist das Haus von unten hat viel kleiner ausgesehen und den ganzen Weg die Sitzes und sonst gehören er er Maser 2 er hat sie die platziert wurde ich dir vorhin geschrieben hat er hat der wohl das ist der ist kreischen aber er kommt er mich einheitlichen also macht das Leben er raus bis zum nächsten Mal